Wo denn dieser Ernie nur wieder bleibt? Ernie! Bist du's, Ernie? Wie gut, dass du endlich wieder da bist. Oh, danke, Bert. Herr Fabelhaft, weißt du, ich bin schon mächtig hungrig. Hast du was zu essen für mich? Aber natürlich, reichlich. Ich hab was Gutes für uns beide gekauft, Bert. Was ist es denn? Also für mich, für mich hab ich dieses Brot hier. Ah ja, und was hast du für mich gekauft? Was ich für dich hab? Ja. Ich hab ein Glas Nusscreme. Ah, Nusscreme mag ich besonders gern. Ich danke dir. Nicht der Rede wert. Tja, wie soll ich die denn essen? Ganz einfach. Natürlich mit einem Löffel. Aber ich hab keinen Löffel. Du, Ernie. Ja, Bert? Sag mal, wie schmeckt dein Brot? Hm? Wie dein Brot schmeckt. Ein bisschen langweilig, Bert. Ja. Wie Brot eben schmeckt. Trocken ohne was drauf, weißt du. Du hast Brot. Sehr trocken. Du hast Brot und ich hab Nusscreme. Du, Ernie, ich glaube, wir sollten mal über das Abgeben miteinander reden. Nein, Bert. Ich bin jetzt zu hungrig, um über das Abgeben zu reden. Du, Ernie, ich schlage vor, du gibst mir eine Scheibe von deinem Brot ab. Was hältst du davon? Davon halte ich gar nichts, Bert. Nein, das Brot magst du ganz bestimmt nicht. Das ist dir sicher viel zu trocken. Ja, ja, natürlich, du hast recht, aber ich könnte meine Nusscreme drauf tun. Ja, und weißt du, was du dann hast, Bert? Ich glaube schon. Ein echtes Nusscreme-Brot. Stimmt, genau. Bert. Was? Mir fällt da gerade was ein. Was fällt dir schon wieder ein? Hör ich jetzt mal zu, Bert. Also angenommen, weißt du, nur mal so angenommen. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Stück Brot. Ja. Und du beschmierst es dann mit Nusscreme. Dann hast du doch ein Nusscreme-Brot, stimmt's? Richtig. Und wieder angenommen, um den Gedanken weiter zu spinnen. Also angenommen, du gibst mir ein bisschen von deiner Nusscreme. Und ich beschmiere dann mein Brot, dann hätte ich doch auch ein Nusscreme-Brot. Du, du sagst es, Ernie. Sehr guter Einfall. Das ist genau das, was ich mit Abgehen gemeint habe. Das ist ein sehr guter Einfall von mir, nicht, Bert? Also los. Nun gut, lass uns jetzt das Brot beschmieren, ja? Und schon geht's los. So, und jetzt tust du mir etwas von meiner leckeren Nusscreme drauf. Ja, Bert. So, jetzt ist alles in Ordnung. Hast du ein Messer? Aber natürlich habe ich ein Messer. Dann kannst du ja losgehen. Oh, sieh dir das an. Ich kann's kaum erwarten. Ein bisschen Nusscreme auf das Brot. Ja, ja, ja. Genug jetzt, ich kann's nicht mehr abwarten. Das reicht ja, Ernie. Ich hab schon solchen Hunger. So, jetzt noch eine Scheibe drauf. Ja, ich bin schon dabei. Und dann durchschneiden. Ja, in zwei Hälften. Moment. Oh, das wird mir schmecken. Ich kann's kaum erwarten. Gut, ja. So, jetzt gibst du mir die eine Hälfte und du nimmst die andere. In Ordnung. Hier ist deine Hälfte, Bert. Ja, danke schön. Guten Appetit. Ah, wirklich toll. Und so appetitlich. Ganz vorzüglich, das muss man sagen. Wirklich ausgezeichnet, Bert. Wie gut, dass wir auf die Idee mit dem Teilen gekommen sind. Die Nusscremebrote schmecken wirklich ganz lecker. Klebt sich ein bisschen am Gaumen. Hier, hier. Das Kleben ist nicht weiter schlimm. Schmeckt trotzdem fabelhaft. Weißt du, was wir jetzt noch brauchen, Bert? Was brauchen wir denn noch, Ernie? Wir brauchen noch jemanden, der uns was abgibt, Bert. Aber wieso denn? Warum denn? Wir brauchen jemanden, der hungrig ist und was zu trinken hat. Hm, hm. Ja. Ja.